Was meinen Sie? Wie kam das Einbecker Bockbier eigentlich zu seinem Namen? Standen dafür etwa die gehörenden Tierchenpate? Oder hatten die Einbecker einfach immer Bock auf starkes Bier? Dann schaut mal zu. Das hier ist nämlich eine spannende Geschichte. Im 14. Jahrhundert war das Bierbrauen überwiegend Frauensache. Deshalb munkelt man auch, dass Rumpelstielzchen wohl eher eine Frau gewesen ist. Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Zu dieser Zeit besaß in Einbeck jeder der 700 Vollbürger das Braurecht. Durfte also zu Hause sein eigenes Einbecker Bierchen köcheln. Obwohl die Einbecker schon damals ein munteres Völkchen waren, konnten sie das ganze Bier nicht alleine trinken. Da kaufte der geschäftstüchtige Rat der Stadt die überschüssigen Fässer auf, ließ seine guten Beziehungen zu Hanse und zum Sächsischen Städtebund spielen und vermarktete schwuppdiwupp das wohlschmeckende Bier deutschlandweit und von Amsterdam bis Rehwal. Die älteste noch vorhandene Rechnung vom 28. April 1378 belegt den Verkauf von 2 Tonnen Einbecker Starkbier nach Zelle. Weil nun das Bier für die langen Transportwege haltbarer gemacht werden musste, braute man es einfach stärker ein. Zum Starkbier. Vor allem die Hanse sorgte dafür, dass das Bier aus Einbeck den Weg in viele durstige Kehlen fand. Und Einbecks Lage an einem Knotenpunkt des spätmittelalterlichen Fernstraßennetzes kurbelte die Vermarktung noch weiter an. Sogar der Gottes- und Lebemann Martin Luther lobte 1521 auf dem Reichstag zu Worms das Einbecker Bier in den höchsten Tönen. Der beste Trank, den einer kennt, der wird Einbecker Bier genannt. Inzwischen war auch der Bayerische Hof auf den Geschmack gekommen. Total vernarrt in das leckere Gesöff ließen sich die bayerischen Herzöge samt Hofstaat regelmäßig ihre Fässchen aus Einbeck herangaloppieren. Bis Herzog Wilhelm V. der maßlose Bierimport allmählich zu teuer wurde. Verzicht kam für ihn nicht in Frage. Lieber errichtete er 1592 in München ein Hofbräuhaus, um dort nach bewährter Einbeckerart sein eigenes Bier zu brauen. Das Gebräu war ganz okay, konnte aber dem Einbecker Vorbild nicht das Bier, äh, das Wasser reichen. Kurz und gut, Herzog Wilhelm musste jemanden fragen, der sich damit auskennt. Und wie bei den Bayern so üblich, warb er 1614 den Einbecker Braumeister Elias Pichler an, um dem Münchner Bier die beliebte norddeutsche Note zu verleihen. 18 Jahre später rettete genau dieses Qualitätsbier den Münchnern das Leben. Als die Schweden im Dreißigjährigen Krieg vor Münchens Toren standen, ließen sie sich mit 1000 Eimern lecker Bier bestechen und verschonten die Stadt. So wurde über die Jahrhunderte hinweg aus einpöckischer, also Einbeckerart, durch den bayerischen Dialekt und die Verballhornung das Wort Ornbock. Und schließlich der heutige Name Bockbier. Also, ohne Einbeck gäbe's kein Bockbier. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Wer hat's erfunden? Genau, die Einbecker.